Zentrierungsübung Wir laden die Quelle und alle Lichtwesen zu uns ein und bitten um Schutz, Führung und Wachstum. Nun gehe mit deiner ganzen Aufmerksamkeit in dein Herz. Stelle dir vor, im Zentrum deines Herzens zu sein. Nun atme tief ein und dann wieder aus. Mit jedem neuen Atemzug lädst du bewusst einen deiner vier Körper ein, in dein Herz zu kommen, um ganz zentriert im Hier und Jetzt zu sein. Ein Atemzug Mein spiritueller Körper ist in meinem Herzen. Ein Atemzug Mein mentaler Körper ist in meinem Herzen. Ein Atemzug Mein emotionaler Körper ist in meinem Herzen. Ein Atemzug Ein Atemzug Mein physischer Körper ist in meinem Herzen. Wenn alle deine Körper in deinem Herzen zentriert sind, dann bildet sich in deinem Herzzentrum eine weiß-goldene Lichtkugel. Sie dehnt sich aus, immer mehr und mehr und weiter, bis sie dich ganz einhüllt. Nun bitten wir um Schutz und Führung. Sollte